Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu den Architekturstilen im Software Engineering. Heute wollen wir uns angucken, was das Peer-to-Peer-Netzwerk bzw. was ein Peer-to-Peer-Netzwerk ist und was genau die Architektur dahinter meint. Auf Deutsch kann man auch manchmal sagen Partnernetz, aber es hört sich irgendwie ein bisschen bescheuert an. So, ja, im Endeffekt hat man hier eine kleine Server-Architektur, wo alle gleichzeitig Server sind. Das ist eigentlich eine relativ interessante Entwicklung, aber ja, auch ein bisschen verrückt, wenn man sich das so vorstellt. Das heißt, jeder, der an dem Netz oder an der Anwendung teilnimmt, ist gleichzeitig auch ein Server. Und das ist meistens nur für irgendwelche, naja, so Sachen wie BitTorrent oder Bitcoin oder sowas. Das sind Peer-to-Peer-Netze und das sind auch tatsächlich solche Architekturen. Das heißt, jeder stellt Dienste für andere zur Verfügung und jeder, der diese Dienste anfragt, bekommt dann auch wirklich eine Antwort. Das heißt, ich kann mich jetzt einfach in ein Netz einloggen, ein Peer-to-Peer-Netz kann, sagen wir mal, du bist auch in diesem Netz drin, der dieses Video jetzt gerade guckt. Das heißt, ich frage dich an und du lieferst mir dann eine Antwort. Aber wenn du mich anfragst, dann liefere ich dir genau dieselbe Antwort. Also solche Sachen kann man dann damit machen. Ziemlich interessante Idee auf jeden Fall. Und für manche Dinge ist es natürlich auch sehr sinnvoll. Vor allem, wenn man irgendwas dezentral haben will, wie zum Beispiel eben Kryptowährung oder sowas. Da ist es natürlich essentiell wichtig und richtig genial. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass alle Subsysteme, also alle Server in dem Fall jetzt, sind gleichberechtigt. Das heißt, jeder hat alle Rechte und jeder darf jeden anfragen, mit dem er verbunden ist. Und jeder darf sich aber auch mit jedem verbinden, wenn er das möchte. Und das ist eigentlich eine relativ interessante Architektur. Es kommt auch irgendwie so ein bisschen zu einer Symmetrie und vor allem auch zu einer Selbstorganisation muss es kommen. Denn wenn das System sich irgendwie nicht selbst organisiert, dann hat man schon ein Problem. Also sagen wir mal, jemand bekommt jetzt alle Anfragen von dem gesamten Netz. Dann hat der ein Problem, denn dann ist der absolut überlastet. Deswegen ist es ja gerade so, dass jeder Anfragen beantworten muss. Sprich, man muss irgendwie auch die Last verteilen. Das heißt, nicht jeder kann alle Anfragen beantworten, sondern man sollte eben schauen, dass immer ungefähr die gleiche Anzahl von Peers mit der gleichen Anzahl von Peers verbunden sind. Also sagen wir mal, fünf Leute sind, also jeder ist mit fünf anderen Leuten verbunden. Und dadurch entsteht dann so ein bisschen, ja, nicht jeder ist mit jedem verbunden. Aber das bedeutet natürlich auch, dass nicht jeder immer denselben anfragt. Das heißt, einer wird nicht komplett überlastet mit irgendwelchen Anfragen. Im schlimmsten Fall wird einer mit fünf Anfragen überlastet und das ist noch machbar. Genau. Alle Leute sind dann natürlich auch gleichzeitig die Clients. Und das bedeutet, man muss dem dann auch irgendwie in gewisser Weise vertrauen. Das bedeutet, man muss auch, also man darf keine sensiblen Daten in diese Peer-to-Peer-Netze auslagern. Also es darf überhaupt keine sensiblen Daten in dem Sinne geben. Denn wenn es sensible Daten gibt, dann hat man schon gleich ein Problem. Denn jeder kann eigentlich diese Daten auslesen, weil ja jeder die Möglichkeit hat, alles oder jeder muss im Endeffekt alles besitzen. Und deswegen muss man sich hier auch wirklich genau überlegen, wie designt man das Ganze. Also Peer-to-Peer-Netze sind wirklich was für sehr, sehr spezielle Anwendungen. Wie gesagt, BitTorrent oder Bitcoin ist jetzt hier das perfekte Beispiel dazu. Aber ich möchte es natürlich trotzdem erwähnen. Und es ist trotzdem auch noch eine Sache wichtig. Und zwar, wenn man so ein Peer-to-Peer-Ding hat, dann kann man sich nicht auf seine Partner verlassen. Also man kann sich nicht darauf verlassen, dass jetzt den, den ich angefragt habe nach Daten, dass der auch wirklich eine Antwort liefert. Sprich, es kann durchaus mal sein, dass einfach jemand offline geht, weil er seinen Rechner zum Beispiel ausschaltet oder weil er gerade abgestürzt ist oder sowas. Das kann durchaus mal häufig vorkommen. Und das heißt, man muss auch immer irgendwelche Backup-Mechanismen oder sowas einbauen, damit diese Unzuverlässigkeit irgendwie, naja, aufgefangen wird. Und damit eben auch alle wirklich immer irgendwie eine Antwort bekommen, wenn sie eine Anfrage stellen. Beispiel habe ich schon gesagt. Also zum Beispiel BitTorrent oder Bitcoin wäre ein super Beispiel oder sind eigentlich auch die wirklich bekanntesten Beispiele, denke ich mal, bei weitem. Ich nehme jetzt hier mal BitTorrent ein bisschen genauer heraus und zwar verbindet sich da einfach einer mit anderen und jemand kann Daten hochladen, aber gleichzeitig auch runterladen. Das heißt, man kann sozusagen perfekt Daten austauschen und ja, wird relativ häufig mittlerweile immer noch eingesetzt. Ist auch natürlich super effizient. Also was heißt super effizient? Eigentlich ist es mega ineffizient, weil jeder, also für jeden, der die Daten runterlädt, muss man natürlich die kompletten Daten einmal hochladen ins Netz, weil ja wirklich nur genau der die Daten bekommt. Aber wird trotzdem noch weit eingesetzt, weil es natürlich die Server auch enorm entlastet. Also zum Beispiel, wenn ihr irgendwie Software runterladen wollt, zum Beispiel Betriebssysteme oder halt die ISOs von Betriebssystemen zum Installieren. Also relativ viele Linux Distributionen sind auch als Torrent verfügbar. Das heißt, es wird ein oder es wird sozusagen einfach rumgereicht. Ihr könnt sie euch von anderen normalen Usern, die sie netterweise zur Verfügung stellen. Wenn es basiert, auch immer ein bisschen auf der Nettigkeit von anderen, von denen könnt ihr sie dann runterladen und der Server von der Distribution wird überhaupt nicht belastet. Das ist natürlich auch eine ziemlich coole Sache für Leute, die eigentlich gratis Software erstellen und die man dann einfach so benutzen kann. Genau. Okay, das war es eigentlich zu Peer-to-Peer-Netzen auch schon wieder, glaube ich. Und ja, ein paar Architekturen habe ich noch für euch und wir hören uns deswegen beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.